ein herzliches hallo von mir an euch willkommen zu einer neuen folge dead by daylight und wir spielen bill ihr kennt mich ich spiel bill eigentlich nie das heißt nicht gerade ein generator gehört das heißt adapt challenge neuer versuch und zwar wie immer die micha atmen hören ich erkläre ich kurz seine talente das könnte lichen sein oder also die talente von bill treppi schreck gut zu wissen sind geliehene zeit wenn jemand von mir vom haken gerettet wird und wir haben terror radios bekommt er einen kommt ja ein gratis hit also ne schutz für ein paar sekunden mittlerweile wenn dieses video online ist wird dieses talent wahrscheinlich geändert sein und er hat fallen mit die verletzte man sie entschärft oh mein gott die runde geht doch bescheuert also genau geliehene zeit ist wahrscheinlich mittlerweile geändert was war das für ein schlag er hat so ein komisches talent mit vorm pin ball ist es glaube ich dass das dass die palette blockiert niemand ich komme gar nicht dazu die talente zu ich kann mich ein bisschen stelle erholen wenn ich am boden lege und ich kann einmal ich kann einmal warum tun wir jetzt ich hänge noch eine runde hinten dran ganz ehrlich die runde ist doch verflucht was ist das übrigens wenn dieses video online ist wird auch dieses spammen einer taste wenn man am haken kämpft nicht mehr sein es wird geändert es wird dem bußkäfig vom piramidenkopf nach empfunden dass man skillchecks treffen muss um zu überleben das soll der barrierefreiheit dienen kann ich voll nachvollziehen finde ich in ordnung wissen sie denn schade ist es schon weil man dann einfach so aufpassen muss am haken also wir haben geliehene zeit und wir haben unbeugsam schon erklärt und das dritte talent von bill ist zurückgelassen wenn ich der allerletzte überlebende bin auf der karte kann ich in einem gewissen radius die aura der luke ich glaube die luke ist auch unsere einzige chance jetzt noch in dieser runde wenn das video online ist werden übrigens auch die maps die farm maps überarbeitet sein und die killer werden ein bisschen überarbeitet sein talente werden überarbeitet sein ich muss aktuell ein bisschen im voraus aufnehmen und ich weiß nämlich nicht ganz genau wann der patch online geht glaube der ist am 27 online gegangen und ja gut tschüss leute so er wollte nur alle holen wir dürfen die fallen halt nicht weg machen weil die verletzen uns und wir können uns nicht selber heilen das macht ihr jungs warum tunnelt der Ja, das ist gemein. Da haben jetzt die Generatoren halt auch alle hier. Oh, Adam ist... Das müsstest du doch auch langsam mitbekommen haben, dass die Fallen einen verletzen beim Entschärfen. Ich habe keine Lust, hier in eine Falle zu treten. Campy ist er auch noch. Wow. Ich glaube, das ist clever, Jungs. Er rennt dort hinten am Haken rum. Und zack, zurück zum Haken. Der ist doof. Also, wir müssen gucken, dass wir uns am Ende irgendwie verstecken. Im besten Fall ist die Luke 5. Ich habe das Perk halt auch nur auf Stufe 1. Das heißt, der Radius, wo ich die Luke sehe, ist nicht so groß. Und wir haben es beim ersten Versuch der Adapt-Challenge gesehen. Oh, er hat das Ding mit, dass, wenn er wen trägt, die Generatoren blockieren. Das ist hier eine Falle. Ich sehe es nicht. Aber David ist gerettet. Aber wo? Ja. Kate ist tot. Also, wir haben da einen Jen. Da einen Jen und wahrscheinlich in der Hedge. Äh, Gott, in der Scheck. Ich habe eine Woche kein DVD gespielt und habe gefühlt alle Begriffe verlernt. Ich wollte anstatt geliehener Zeit auch geliehene Landung vorhin sagen. Das ist halt so richtig lost. Adam hing noch gar nicht. Adam, bin ich in... Na, liegen da nicht fallen? Okay. Wir haben auch unbeugsam noch nicht genutzt. Vielleicht kann uns das auch noch retten. Übrigens... Ich hänge keine Runde mehr dran. Ich habe das erst gesagt, weil ich dachte... Also, eigentlich wollte ich mich sterben lassen. Aber dann kam Kate. Und jetzt ist die Runde ja doch relativ lang. Also, egal wie das hier ausgeht. Er hat keine Runde dran. Ja, David... Ja, David... David ist auch gut. Nein, nein. David, nein. Nein. Trappt er schon die Ausgänge? Ich bin leider ein Schisser gerade, Leute. Ich dachte, die kriegen den Generator fertig. Den muss doch raus! Adam hat versucht zu blenden, ist gestorben, also wurde verletzt. Warum hatte ich gerade so viel Herzschlag? Wow. Weiß Adam, dass ich hier drin bin? Will er mich jetzt verraten? Hilfe! Ich kann keinen Generator reparieren! Ich will gleich eine Krähe, Leute! Nein! Oh mein Gott! Ich habe eine Krähe und ich bin ihm voll reingerannt. Herzliche Kraft! Scheiße! Wenn er Barbecue hat! Tschüssi! Warum hat er mich nicht geschlagen? Ich bin ihm voll reingerannt! Ich bin ihm voll reingerannt! Nee, er kommt nicht verraten! Nee, er kommt nicht verraten! Nee, er kommt nicht verraten! Ich habe Angst! Ich möchte gerne rauskommen! Na clever, er strappt ja die Ausgänge! Und wenn wir die Falle wegmachen, sind wir verletzt, dann kommt er zurück und haut uns um! Das ist das blödeste Addon, was es geben kann! Für die Survivor! Für den Killer ist es nicht schlecht! Ist er mich jetzt gesehen? Kacke! Er hatte hier gar keine Falle! Ich muss es riskieren! Ich muss es riskieren! Oh mein Gott! Ich schaffe es nicht! Nein! Und er hängt nicht auf! Nein! Ich muss doch unbeugsam nutzen! Nein! Nein! Ah! Ich hätte mich doch sterben lassen sollen! Aber das war so eine typische... Okay, ich gebe auf! Und dann kommt man fast noch raus! Es hätte fast geklappt! Ich hatte Hoffnung kurzzeitig! Ich hatte Hoffnung kurzzeitig! Okay? Und hätte ich gewusst, dass da gar keine Falle lag, hätte ich den Ausgang ja schon mal anfangen können! Ich hätte ja schon mal ein Stückchen Ausgang aufmachen können! Und dann hätten wir das jetzt geschafft! Aber ich war halt so ein Schisser, weil ich unbedingt rauskommen wollte! Okay, Leute! Gebt niemals auf! Gebt niemals auf in einer Runde! Es gibt immer noch Chancen rauszukommen! Okay! Also, ich mache aber Schluss jetzt! Wie gesagt, ich hänge keine Runde mehr ran, weil wir sind bei 16 Minuten! Das reicht für eine Folge Dead by Daylight! Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder! Bis dahin bleibt gesund und macht's gut! Tschüssi!